Ja, grüßt euch mit allen miteinander. Mein erstes Gedicht, was ich geschrieben habe, das ist schon lange her. Da bin ich vielleicht 16 Jahre alt gewesen. Da, wo ist es mir, da ist es halt so, und jetzt haben wir es mir gewesen. Vor allem habe ich halt was zum Dicht. Der Kirschbaum und ich, wie ich war, ein ganz junger Bub. Da habe ich mich ein paar Mal gesetzt am Kirschbaum-Ost. Der hat blöd, tragen große Kirschen sogar. Ich bin dann ein Mann geworden. Die Jahre sind noch vergangen. Ich bin ein alter, alter Krocher geworden. Aber der Kirschbaum, der hat blöd und tragen große Kirschen sogar.